Willkommen zurück zu Duo Arcade mit mir mit dem Andreas und dem Lukas hallo hallo heute spielen wir endlich das lang 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 erwartete Dr. Mario ja weil Dr. Mario ist eines der besten Tetris ähnliche Spiele Ist das die Schwierigkeit? Ja ist die Schwierigkeit Speed mach ich das bei mir Mach mal Fever oder mach mal Shale oder mach mal Off Musik muss auf dem Fall auch sein weißt du warum? Weil ihr sonst keine Musik habt welche einblenden musst genau ja so wie war noch mal genau was ist das für Musik ist es nicht die bekannte Dr. Mario Musik wie ich sie kenne dann kennst du sie wohl nicht so gut fähig Alter Sag mal nicht so schnell immer Nein! Nein! Andreas hat vorher gesagt dass er Scheiße in ähm Oh ne! Glaubst du mir? Habe ich dir klar was? Ich applaudiere das sogar nein! fuck Jetzt hab ich da Oh ja! Den lündin din lündin tl lündin Ähm Ihr waceut ist für dich nicht immer die gleichen Alter Ich bekommal die gleiche Hey! Ich auch Liegt das einfach am netcard? ich weiß es ist nur noch das gleiche irgendwie so jetzt was man hat mich gewinnt dr mario ist so ein kackspiel ich mag es tatsächlich so okay scheiße das ist aber das ist ganz schön lange ist über den blauen das ist ein doof ich beeile mich ja schon andreas nicht du ach ich nicht nein da bin ich aber gleich schon fertig das doof als weiß so knapp dran da war halt noch zwei gäbe dazwischen glaube ich dass es geschafft hätte ist doch hätte ich so dass wir herausfinden wie hier gedreht wird das hätte ich das anders machen können okay alter so ja letzte runde das ist ja nackt gar nicht das ist auch für 20 geschafft komm hier so die man weg machen wir hier ran machen wir hier weg so machen wir den weg äh so okay oh nee warum so okay so kann ich den überhaupt nicht gebrauchen Oh nein! Oh nein! Ah... Ja so... Ah! Nein! Das hab ich verkackt, fuck. Fuck, ich hab verkackt. Nein! Das wird jetzt ganz spaßig, ja. So... So, mach mal den blauen hier. Zack! Alla, beeil dich doch mit deiner Drehung. Alter... So... Zack! Zack! Oh hey, jetzt hab ich ein Game frei. Nice! Nein! Mach ich das jetzt! Nice! Zack! Nein! Das wird ein ganz schlimmes Spiel, glaube ich. Äh... Äh... Nein... Oh Gott, wo mach ich das hin? Aber ich glaube, wir haben beide jeweils dieselbe Reihenfolge der Doktel. Und... Alles Weitere, also von daher... Es ist ein sehr faires Spiel. Natürlich, Doktor Mario. Ich bitte dich. Das ist an Doktor Mario nicht fair. Der Fakt ist, dass Mario im Grunde genommen kein Arzt ist und mit dem sich Miyamoto behandeln lassen würde. Achso... Okay... So... Zack... Äh... Easy! Maxi... So... Und so... Zack... Da... Ich glaube, das war nicht schlau von mir. Von mir auch nicht, unbedingt. So... 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 Das mach ich so, das mach ich so. Zack... So... So... Nein! Du... Fuck you! Oh, danke! Hat mir minimal geholfen, aber auch irgendwie nicht. So... Zack... Ich helfe dir doch immer gerne, Andreas. Ja... Ja... So... Äh... Hier... Nice... Okay... Ach NÖ! Verbindung instabil. Ja, ich merke es... Oh Gott, ich merke es ein bisschen. Ach mein Gott, wie kann... Wie kann das bei so einem Spiel instabil werden, Nintendo? Das ist ja kaum Woll. Komm schon. Ich verstehe gerade nicht ganz, was hier abgeht. So, nein, das war sehr doof. So, okay, kümmern mich jetzt wieder rum. So, 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 okay. So, 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 okay, jetzt habe ich die schon mal wieder frei, das ist schon mal wichtig. So, und... Alter, was ist denn jetzt, Alter? Internet! Okay, oh shit, oh shit. Oh no, oh no. Ach du Scheiße. Hört halt einfach viel zu viel und ich bekomme nicht die, die ich brauche. Ich habe halt hier unten verbaut, Alter, Hilfe! Ich auch! Oh, was war das denn? Na, das Geräusch dafür, dass die Sinne des Scheiße ist. Die brauche ich nicht! Danke! So. Oh, wie komme ich denn jetzt da runter auf? Ach nee! Wann kann das denn enden, bitte? Komm schon! Komm schon! Nein! Einmal gegen Luko verlieren. Ja, einmal gegen Luko verlieren. So. Mann, ich habe hier einfach so einen großen Daumen, ich weiß nicht was damit. Ich auch. Hilfe! Ja! Das war die zweite Runde. Oh fuck! Da habe ich nicht dran gedacht! Aha! Aha! So. Ähm. Wie werde das nochmal mit 5, äh, 10 Minuten halten? Ja, das ist jetzt das letzte Spiel. Ähm. Hilfe, Mama! Komm schon, ich brauche doch nur rote! Komm schon! Komm schon, ich brauche auch noch rote. Gib mir scheiße rote, ey! Ja! Ja! Ich hab keine... Ich brauche doch... Ah! Ja! Haha! Aber du hast insgesamt gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis nächste Woche, wo wir nicht mehr Dr. Mario spielen! Fick Dr. Mario! Dr. Luigi! Auf der Wii U! Das wird ein Spaß! Das wird ein Spaß! Bis zum nächsten Mal! Ich redecke mir die Aufmerksamkeit. Auf der Wii Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.